Oh, hallo! Ich bin Randy von den Vestibül in Lausanne. Wir sind next to the cathedral und wir haben im 2020 Februar geöffnet. Dann haben wir nur drei Wochen gearbeitet und Covid. Kennen Sie meinen Geschäftspartner Andres? Wenn ihr ihn findet. Hi, mein Name ist Andres, ich bin der Business Markner von Vestibül. Basically, was wir open hier ist, wir transformen diese Bar in eine Bookstore. Und wir haben einige Surprises hinter den Bookshelten. Wir machen local Cocktails, mit einigen Signature Cocktails. Und dann, wir versuchen, so viel wie wir von Homemade Produkten. Also, locally sourced. Except für die Pineapples, denn in Zwitschland, sie sind sehr rare. Und ja, die Clients, sie wirklich lieben uns, weil unsere Cocktails, wie balanced und fresh sie sind. Sie lieben auch die cozy Atmosphäre hier. In der Zukunft, wir wünschen Sie uns, wir wünschen uns. Wir wünschen Sie uns. Auf der Seite, wir arbeiten auch auf Bottle Cocktails und Canned Cocktails, mit unserem neuen Brand Elixir de Joie. Und das ist es für uns. Ich lasse Randi übernehmen. Ciao! Der Swiss Bar Award für uns ist eine sehr große Sache. Weil müssen wir diesen Award gewinnen, weil wir noch hier sind. Wir haben den Covid gekämpft. Es war sehr schwierig, aber wir machen einen guten Cocktail. Denn Speakeasy ist gut und wir haben einen anderen Raum. Wir machen unseren Weg, und dann pense im Room zurück! Wir sehen uns zum nächsten Mal. Unsere Fre 분들이 beim distinguen!